Hallo, ich bin Fuchs MC, der Host vom Hotbox-Mobil, das hier gerade im Auftrag von CIA-TV irgendwo im Niemandsland steht und heute habe ich das Vergnügen einen besonderen Gast zu begrüßen, Kid Pax, einen der wichtigsten Männer, einen wichtigsten Protokollisten aus der Wiener Hip-Hop-Szene. Danke, Bro, da warst du für eine Begrüßung. Ja, sicher. Ich kann mich noch gut erinnern, vor mehr als zehn Jahren ist das schon her, wie du Gastarbeiter live dein erstes Mixte Bros. bekommen hast und wie ich das damals von dir abgekauft habe in irgendeinem Club, bist da rumgelaufen, hast jeden angesprochen, hey, kennst du schon, kennst du schon. Da warst du echt damals schon voll dahinter und hast gewusst, dass es nicht reicht, ein gutes Produkt zu machen, man muss auch schauen, dass die Leute was mitbekommen davon. Beides muss man machen. Beides muss man machen. Und in den letzten zehn Jahren, seit damals, gute zehn Jahre ist das her, ist ja viel passiert. Ja, megamäßig, Alter, ich komme mir eh vor wie bei so einem Family-Treffen, so auch wenn die Gäste hier, Gastgeber so halb Bayern, halb Österreich ist, oder? Und ja, einiges passiert, wo soll ich anfangen, dieses Jahr, letztes Jahr, vor, 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 letztes Jahr, wir haben ja lange nicht geredet, ich komme direkt so, auch dass wir uns mal ausgeredet haben, wir haben immer voneinander Respekt gehabt irgendwo und sind ins Gespräch gekommen, aber es ist jetzt eine seltene Gelegenheit, dass man uns so reden sieht eigentlich, ne? Das ist richtig. Obwohl wir uns schon so viele Jahre kennen und immer irgendwie miteinander was zu tun gehabt haben, ich weiß nicht, gemeinsame Leute, wo wir beide mit denen gemeinsam arbeiten, AG Wirklich, DJ King, haben wir persönlich selber noch nie einen Track released, aber nein, schauen wir mal. Ja, das muss auch noch kommen, vielleicht, ich glaube, es ist Zeit mehr denn je jetzt, das zu machen, Alter. Also wenn du down bist, ich bin damit down, Alter. Ich auch. Vor allem, ich kann ja zur Zeit ja wirklich in jeder Hinsicht nur davon profitieren, nicht nur, dass du ein doper MC bist, der viel auf die Reihe kriegt, momentan bist du ja wieder voll im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was ich mitbekommen habe. Was tut sich da gerade bei dir? Ja, einiges. So medial habe ich gehört. Pass auf, jetzt drei Monate, nachdem diese Geschichte war mit so viel Polizei, der Track mit Krokojack auf dem Freshmaker-Beat, den wir gemacht haben und der viel Aufmerksamkeit gezogen hat, ist jetzt noch dazu gekommen, dass die Krone und Ö24 plötzlich jetzt in diesem Moment, ich weiß nicht aus welchem Kalkül, diesen Track entdecken und ihn jetzt als Angriff in der aktuellen Debatte für den Gabalier mit, wegen diesem Karl-Valentin-Preis oder so. Und jetzt wurden wir auf einmal eingemischt, obwohl wir jetzt aktuell zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt haben, aber trotzdem, es soll ankommen, das war ja auch das Ziel des Videos, von dem her, was soll ich unhappy sein, wenn das nochmal aufgerollt wird, aber lustig, aus welchen Hintergründen das geht. Ja, aber ich meine, es ist doch offensichtlich, wenn man sich das ansieht, dass der Track und das Video dazu schon einiges älter ist als die aktuelle Diskussion. Ja man, man sieht es, oder ich habe euch ein bisschen zugenommen, die ist das. Ja, ja, und ja sicher, fix. Also schon meine erste große Überraschung, dass drei Monate später die Zeitungen darauf aufspringen, obwohl vor drei Monaten gab es ja auch schon einiges an die Aktion. Also ich habe ja damals schon gelesen, ein Linzer-Hassrapper ruft dazu auf, Cabellier zu erschießen, wobei ich meine, wenn man sich den Text genau anschaut, eigentlich mit an die Wand stellen lassen, ist nicht so ganz klar, wie das jetzt wirklich gemeint ist. Was meinst du? Er sagt, ich würde niemals wen an die Wand stellen lassen, sagt er eigentlich. Genau, genau, genau. Und die haben in der Zeitung geschrieben, Linzer-Hassrapper will Cabellier an die Wand stellen lassen. Ja, voll, 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 ich weiß. Also die, die hören so genau zu. Also das ist ja, das machen wir aufgefangen. Sie wollen wegsauen, wann die Babys schreien in der Gossen. Die Dadinnen an die Gavaliere nicht an die Wand stehen lassen. Aber Sammer, sie ehrlich, eigentlich gerade das war. Was haben die Leute dazu gesagt? Was gab's da für Kommentare? Gab's da welche, die überraschend waren? Natürlich gab's welche, die überraschend waren. Wenn du merkst einfach, dass es auch in der Hip-Hop-Szene Leute da sind, die keine Berührungsängste oder, weißt du, das ist halt so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich vertraubere mich über die Reaktionen aus der Hip-Hop-Szene, die versucht haben, halt das Video zu sagen, ja, der wischt sich jetzt nur da ein, weil er jetzt nur profitieren will und so weiter, als wäre ich nicht schon Ewigkeiten auf dieser Schiene und mit dieser Schiene und als wäre ich selber nicht die Schiene. Verstehst du, was ich meine? Und das lasse ich mir halt nicht nehmen auch, weißt du, es gibt ja keinen Wettbewerb, wer jetzt was politisch mehr gemacht hat und wie sich mehr engagiert hat. Wenn du jetzt, seit gestern nicht engagiert, bist du wertvoll. Seit heute aber mir vorzuwerfen, ich würde mich jetzt in dieses Thema, vor allem, was bringt das dieses Thema? Dieses Thema bringt mir grundsätzlich in diesem österreichischen Alltag, in diesem österreichischen Staat, in dieser Stimmung, bringt es mir eher Nachteile, weil mich plötzlich Leute auf der Straße erkennen und so weiter und du brauchst nur die Mehrheit der Kommentare, brauchst du nur anschauen, auf dieses Video und die wird klar sein, wieso 56 oder 66 Prozent haben FPÖ, FVP und gemeinsam, oder? 66 sogar, oder? Eine absolute Mehrheit haben es nicht. Ich glaube 56 Prozent von der Nationalratswahl, woher diese Meinung kommt und diese Meinung ist halt manchmal am lautesten, diese Meinung ist am lautesten, Bro. Und wir machen die Meinung, weißt du, wir zeigen, wie es anders geht auch, ne? Ich bin da auch ganz deiner Meinung, dass man sich bemühen sollte, erst recht als Hip-Hop-Artist da gegen Pol, dagegen ein Zeichen zu setzen, irgendwie ein Gegengewicht herzustellen. Und jetzt ist diese Rechts-Links-Diskussion im Hip-Hop, also in meinem Verständnis ist Hip-Hop schon immer irgendwie was Linkes. Es ist gegen die Obrigkeit, es ist gegen übertriebene Polizeigewalt, es ist gegen Law & Order Politik und es ist vor allem gegen die Diskriminierung von Minderheiten, oder? Absolut, das ist auch die Stimme der Minderheiten. Und das ist jetzt alles schon ziemlich, ziemlich nicht rechts, alles miteinander, das ist Anti-Rechts. Wir leben in einer Zeit, wo Politiker Hass züchten und wütende Rapper sollen dann politisch korrekt sein. Das ist ja eine volle verdrückte Welt. So ist es ja, natürlich. Und ich finde, wenn man immer nur lieb und vernünftig und verständnisvoll reagiert, dann glauben diese rechten Idioten, sie haben Recht. Also man muss irgendwie diesen starken Gefühlen auch mit starken Gefühlen begegnen. Absolut. Österreich ist das Land des Verständnisses, aber das Land des Verständnisses, wenn es um rechte Sachen geht, dann sind wir voller Verständnis, auch in der Hip-Hop-Szene ist man voller Verständnis. Und du merkst so richtig, was sich verbiegt so in der... Was war jetzt dieser... Wir brauchen jetzt gar keinen Namen nennen, aber was war jetzt diese Aussage aus der Wiener Hip-Hop-Szene, die dich am meisten schockiert hat? Wir brauchen gar nicht den Namen dazu sagen, aber nur die Aussage. Reden wir über die Meinung, über den Standpunkt und nicht über die Person. Es gibt ja zwei berühmte Hip-Hopper, die sich geäußert haben, ja. Also berühmter ist relativ natürlich in Österreich, ist... In der heimischen Szene bekannt. In der heimischen Szene bekannt. Also einer fallen das andere, der andere, der zweite, weiß ich jetzt nicht genau, wen du meinst, aber egal, aber welche Aussagen gibt's. Der zweite war früher in Discos unterwegs und so. Auf schweren Disco-Tritt mit Masken und so. Den kenn ich ja, den hab ich ja gedacht. Den anderen, weiß ich ja. Du hast den anderen gemeint, ja. Geil. Was soll ich noch dazu sagen, Mann? Ja, was war die Aussage von dem, die dich da so schockiert hat? Nicht schockiert. Auf jeden Fall das, welchen Link er geteilt hat. Also welches Portal er dazu verwendet hat. Und was in diesem Link, welchen er geteilt hat, auf jeden Fall drin war. Und was das für ein Portal ist und woher das herkommt. Das hat mich auf jeden Fall geschockt, ja. Das ist aber etwas, was die meisten Leute nicht checken, weil leider viel zu wenig Menschen versuchen nachzuprüfen, woher diese Bilder kommen oder diese Informationen, die da weiter verbreitet werden. Wo der Ursprung ist, dieser Info. Ganz ehrlich, Fuchs, weißt du, er hat sich, also, ernsthafte politische Kritik an jemandem oder an einem Künstler oder wer auch immer, weißt du, zu machen und zu kritisieren. Und dann selber einen Link, Silence oder so ein Portal. Das ist halt irgendwie ein Eigentor. Und ich möchte auch jetzt nicht mehr viel Aufmerksamkeit beimessen und so weiter. Ich bin einfach nur, sehe, habe schon gesehen, in welche Richtung manche österreichische Hip-Hop-Flügel. Und das sind ja jetzt nicht nur die gemeint. Also es ist durchaus mehr schon in der Hip-Hop-Szene, so diese Toleranz. Okay, jetzt sind die, die haben wir gemacht und so, weißt du, jetzt können wir ein bisschen so reden. Und jetzt, natürlich sind sie lauter, also, aber ich möchte auch da nicht mehr mit Namen und so weiter. Ich habe genug von dem, es gibt wichtigere Sachen. Mehrsprachig bist du auch, oder? Mehrsprachig bin ich auch, ja. Mehrsprachig bin ich auch, ja. Und das sieht man auch in deiner Musik. Ja. Welche Sprache hast du angefangen zu rappen? Ich habe ursprünglich angefangen auf Deutsch, weil ich sehr deutsch-Rap inspiriert war. Ich habe sehr viel Sommersch gehört, ich habe sehr viel West-Berlin gehört. Ja, weil Bunker, sowas war für mich so, was, ich habe ein Bunker-Shirt gehabt und so, weißt du, sowas ist halt schon ein bisschen so. Die heute maskuline Provokatie verschiene aus Berlin. Ja, 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 zudem natürlich auch in der Pubertierend hat mich sowas auch extrem angezogen. Und ich fand es auch cool, dass da irgendwie Ausländer hier einfach aus der Front waren und so. Dass dann ein Ausländer, was als Deutschrap nicht mehr dieses, dieses, äh, Deutschrap, der hat dieses Dach hinausgekommen. Und ich so, ach, super, ich meine, ich feiere das alles auch. Also, einfach die ganzen alten Sachen. Und Rene ist auch halber Marokkaner. Das vergessen die Leute immer. Ja, 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 Rene ist auch halber Marokkaner. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ganz am Anfang die Leute, die Hip-Hop gehört haben, waren die, die gut Englisch gekonnt haben. Ja, cool. Und das waren die, die ins Gymnasium gegangen sind. Ja, genau, genau, genau. Ja. Deswegen, siehst du, du hast mir das heute erklärt. Jetzt verstehe ich euch viel besser, oder? Ja, weil... Deswegen ist es dieses Klischee vom Gymnasiasten-Studenten-Rap, ja. Weil das waren halt die Ersten, die sich damit beschäftigt haben. Ja, Mann. Und was ist daraus geworden, ist das Bett, ja. Ich hab's irgendwie läuten gehört, da in der Hotbox, aber... Was? Es läutet? Nein, nein, ich dachte immer, die Geräusche wegen euch buchen, oder? Das war ja. Entschuldigung, dass wir uns gerne meldet machen. Kein Thema, meldet euch gerne, oder ihr seid auch eingeladen. Geht's euch gut, ey, hinten steht noch Haschkuchen, ja. Leckerer Kuchen. Ganz leckerer. Kann ich den Kuchen einbieten vielleicht? Ja. Ich werd ein bisschen nehmen, Mann, aber nicht viel. So ein Stück. Ich nehm ein bisschen, weil ich hab den besten... Ich werd jetzt nicht, dann nehm ich den letzten Stück. Der ist sicher gut. Ja, der Kuchen ist gut, oder? Ist gut. Ist gut gemacht, oder? Habts ihr gemacht? Ja, haben wir gestern noch selber gemacht, gestern Abend schnell. Sehr cool, sehr cool. Wir dachten, hier in die Hotbox, in die Wiener Hotbox, da muss unbedingt ein Space Cake mit rein. Und dann hat ein Kollege sich gestern Abend um 10 Uhr noch hingestellt und noch einen fetten Space Cake gemacht. Ja, Mann, ja, Mann. Sehr super, ja. Wurde, hat dich eigentlich nie so als harte Battle Rapper wahrgenommen so? Hast mich nie wahrgenommen? Naja. War ich auch nicht nur Battle Rapper irgendwo, oder? Du hattest schon immer auch Texte gehabt, wo sowas anderes auch gegangen ist. Ja, natürlich. Absolut. 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 Das leugne ich auch nicht, dass es andere Texte gab früher, zu anderen Zeiten auf jeden Fall. Auch Teilsachen, zu denen ich heute nicht so ganz stehen würde. Aber im Grunde war es schon ein migrantisches, auch immer ein politisches Projekt. Kickbacks, also als solches war immer das Migrantische nach vorne heben und so weiter. Und Sachen lernt man mit der Zeit auch, weißt du, was ich meine, wenn man offen durch die Welt geht und halbwegs die Vielfalt zu schätzen, weißt du, oder die Vielfalt realisiert, die einen umgibt. Ich würde dir gerne eins bieten, ich roche seit dem 21. Juni 2018 nicht. Ja, oder? Ja, Mann. Gratulation. Danke, nein, also wenn, dann sowas als Tabak auf jeden Fall. Und wie ist das für dich jetzt hier drin zu sitzen? Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. 90% meines Freundeskreises ist so. Du weißt du? Wie bist du? Also gewohnt auf course. Ja, gewohnt auf course. Du kannst nicht raus, oder? Einmal Hip-Hop, immer Hip-Hop, weißt du? Du kannst nicht raus, oder... Manchmal kannst du in diesem Land auch nicht raus, auch wenn du es egeistig gerne haben würdest, dass du draußen bist. Ich hab ja eh gedacht, ich rede heute viel über Politik und so weiter. Und mittlerweile macht es mich auch hohe depressiver, über Politik zu reden, weil. Es ist echt hart, was es momentan abgibt. Am Anfang hast du die ersten Tracks auf Deutsch gerappt. So ist es ja. Die ersten Tracks habe ich auf Deutsch. Mein Cousin hat mir teilweise geholfen, das aufzunehmen. Ich habe ein bescheidiges Headset gerappt ab und zu. Viele Rapper haben mir auch angeschaut und im Spiegel nachgemacht. Ich habe immer euer Rap, war ein langer Teil von mir, aber irgendwann wurde ich dann selbst aktiv. Und ja, dann ist es weiter und weiter gegangen. Hast einmal das Mic in der Hand, lass das nicht los, du bist der beste Beweis, glaube ich. Stimmt. Ja, stimmt. Ich höre da nicht drauf. Ja, ja, ja. Du bist der beste Beweis. Aber ich musste auf dieser Stelle eurer Generation auch einen Lob aussprechen. Oder dass ihr, weißt du, ihr habt gestruggelt in Zeiten, in denen es noch nicht so leicht war, Hip-Hop zu strugglen. Oder? Würdest du das so bezeichnen? Ja, ganz am Anfang war das schon eine ziemliche Außenseiterkultur von einer kleinen Gruppe. die von vielen auch belächelt worden ist und nicht ernst genommen wurde. Was soll das sein, Rap auf Wienerisch? Wir sind ja nicht in den Bronx und so. Ja, Mann. Ja. Aber Hip-Hop ist global. Seitdem der Bürgermeister einen Rapper getroffen hat oder mehrere Rapper eigentlich getroffen hat, ist, dann haben wir Häupel zu verdanken, dass Wiener Rap legitim wurde. Ja. Ja, aber Häupel ist der letzte. Wo ist dein Häupel? Wo ist dein Wiener? Um deine Wurzeln zu repräsentieren, hast du dann auch in deiner Muttersprache, in der Sprache deiner Eltern halt dann gehört. Da habe ich gerappt, ja. Und viele finden noch immer, ich rappe besser in meiner Muttersprache als auf Deutsch. Ich weiß nicht, da freut mich mal die Resonanz. Das ist mir andererseits ein Ansporn, dann noch besser zu werden auf Deutsch, wirst du? Es ist halt, ja. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Nein, was sagen die Leute, was ist jetzt besser? Keine Ahnung, nein, kann man nicht sagen. Also viele feiern das Deutsche auch und genug. Aber auf jeden Fall gibt es auch einen Teil von mir, die sagen, hey, du warst besser auf Jugo früher und so, wirst du? Ich meine, es gibt was Drittes, das gibt es ja auch noch. Das eher lustige, was du mit der AG wirklich gemacht hast. Das Austria 1 Projekt. Da rappst du irgendwas dazwischen. Also wienerisch mit Jugo-Akzent. Das stimmt, das stimmt. Das war ein lustiges Projekt. Leider ist das noch nicht erschienen. Aber es gibt mehrere Tracks schon, die davon rausgekommen sind. Ja, du hast das alles gehört, glaube ich. Weil bei der AG zu Gast bist und dann hörst du was er gemacht hat. Ja, sicher der AG ist mein Homie. Mein Bruder, mit dem ich hinterher abhänge. AG ist auch mein Homie. Natürlich kenne ich das. Und einer der Tracks, die es mit der AG macht, war der Fußball-WM. Ja, Fußball-EM-Song. EM-Track, EM-Song. Entschuldigung. Fußball-EM-Song. Fußball ist überhaupt ein Thema, weil du gerne rappst. Ja, schon. Auf jeden Fall. Wenn so große Ereignisse sind, dann werde ich auch alle. Ich bin immer aufgewachsen mit Fußball-großen Ereignissen. Und ich weiß nicht. Ich kann mich an ein kroatisches Nationalteam. Ich und meine Schwester beten vor dem Fernseher. Und so. Ich bin halt voll dieser... Ja, mittlerweile... Früher habe ich Fußball nonstop verfolgt. Aber mittlerweile bin ich auch dieser Großveranstaltungstyp. Ich habe im Grunde zwei Fußball-Hymnen gemacht. Eine war, wie du richtig sagst, mit der AG wirklich. Und die war auch wirklich geplant. Also die war wirklich geplant. Wir haben darüber geredet und haben gesagt, das ist cool, Alter. Da sind wirklich Leute mit... Plötzlich mit Itch. Weißt du? In einem OMV-Vorstand oder in irgendeinem Vorstand von irgendwas wirst du nicht halt Itch-Namen sehen. Aber in der Nationalmannschaft sind sie vertreten. Auf einmal am vordersten Feldern. Und Nigerianer sind plötzlich auch völlig legitim und nicht mehr die Drogen-Dealer von Bürtel sozusagen. Und da merkst du, dass das zusammenwächst und dass alles eigentlich funktionieren könnte. Und das ist das Österreich, was wir haben könnten. Und das ist das Nationalteam. Aber das haben wir leider nicht, Alter. So einfach geht es im Fußball. Und das war wichtig eben für mich damals auch, das zu promoten auch und diese Diversität im Nationalteam. Und natürlich nächstes Jahr dann bin ich da gestanden und sehe plötzlich diese Frauen gewinnen nach ein, zwei Spielen. Und dann denke ich mir, Alter, jetzt gibt es... Schlag nach Frauen, EM, Hymne. Habe ich eingetippt auf YouTube und habe nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Alter, ich habe ja nicht Hymne für die Männer gemacht. Okay, ich habe mir gedacht, okay, der AG wird wahrscheinlich jetzt in den Tag sein, so kurzfristig, was da irgendwas lassen zu machen. Und ich habe das in einer Nacht dann geschrieben. Ich habe über das ganze Nationalteam oder mir die Matches angeschaut, und habe das versucht, so bestmöglich zu machen, damit die Frauen auch was bekommen, weil Frauen wichtig sind. Jubelstimmung wie Silvester. Unsere Mädels sind halt besser. Oh, die Zeiten werden besser. Es kommen rot-weiß-rote Schwestern. Jubelstimmung wie Silvester. Unsere Mädels sind halt besser. Frauen Nationalteam hat sich gefreut über den Track. Sehr, die waren viel dankbarer als die Männer, ja. Echt? Ja, auf jeden Fall. Man hat ja gemerkt, dass die sind noch real. Die sind noch real, man. Die haben mir eine Videobotschaft geschickt. Wisst ihr, 22 Spielerinnen? Schicken wir eine Botschaft, du hast dir. Die Nationalteam hat mir, eine Frau Nationalteam, hat mir einen langen Brief geschrieben. Ich kann dir den zeigen sogar, wenn du willst. Müsste ich jetzt ausgraben. Aber ich kann dir zeigen, Alter. Magst du es sehen? Nein, mein Handy ist leer, Alter. Wir müssen es laden, Alter. Bienwertig, aber... Ja, ich kann es dir gerne zuschicken. 22 Frauen, Alter. Schick mir eine gute Botschaft. Und es war natürlich schön, so für sein Werk zu honorieren zu werden. Und einerseits haben sie behauptet eben, in der Nachricht, die sie an mich geschickt haben, haben sie geschrieben, dass das Lied eine wichtige Rolle hatte in ihren Vorbereitungen auf Achtelfinale, Viertelfinale. Die haben das gepumpt im Fitnesscenter. Wir haben sogar geschickt auch ein Video, wo sie pumpen und so. Und ich war außer mir und ich fand es einfach gut. Ich wollte einfach den Rechenschaft tragen, dass ich sage, ich bin nicht nur für die Männer, sondern ich bin genauso für die Frauen. Ja, es ist eigentlich Erfolg auf ganzer Linie, wenn sie es nachher dann trainieren hören, wenn das so motivierend für die Frauen ist. Ja, das war im Grunde das Ziel, verstehst du das? Für mich hätte es auch nur den Frauen gefallen können, vom Nationalteam, aber wenn es ihnen gefällt, dann ist das Ziel reich. Aber es war nicht so. Es wurde natürlich erwähnt und so weiter. Aber weißt du, was die Corona-Zeitung dann geschrieben hat? Die haben dann geschrieben, für das Frauen-Nationalteam, die Hymne kommt von einem Gewissen, Herrn Peter Rosanditsch, von einem Gewissen. Weißt du, was ich meine? Wenn sie wussten, meine politische Einstellung vielleicht, oder keine Ahnung. Oder auf jeden Fall haben sie mich so, weißt du, das ist so typisch, typischer Knockdown in Österreich, so wenn du in die Realität zurückgeschoben wirst, und so zu sagen, du bleibst der Tschusch, oder weißt du was ich meine? Oder du bleibst nur der Fuchs, aus dem Zehnten. Keine Ahnung, weißt du was ich meine? Für einen Gewissen. Für einen gewissen. Es scheinen sich eigentlich Kid Bax, dem Wiener Rap-Artist. Hip-Hop-Künstler, was auch immer. Ja. Und die Information selbst gilt. Hey, da klopft er. Hey, da klopft er. Hallo Leute, ist das hier die Hotbox oder was hier im Westen? Ja, 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 ja. Komm rein hier. Ah, da riecht es aber sehr fein. Ohoho. Was geht Leute? Alles gut. Alles gut. Warte mal. Dann kommt noch einer. Warte mal. Mach nochmal aus. Gibt es da noch wenige? Das war deprimiert. Jetzt kommt der Spaß. Wer ist denn hier? Ey, bitte! Warte, ich habe die Kamera da. Kopf einziehen. Hallo. Na im Chaos hier. Was geht? Küsschen, Küsschen. Hi. Der Fuchs kennt dich ja schon. Nein, ich glaube nicht. Andere Samira. Das war einfach weg. Okay. Passt die noch zwischen euch auf die Couch? Ja, Berta, die müssen abnehmen. Das muss passen. Die müssen abnehmen jetzt. Komm her, oder? Na hallo. Sehr cool. Ja, cool, dass ihr bei uns vorbeischaut. Ja. Was ich mal gedacht. Jetzt auf einmal urenst. Wir haben geredet, uhr traurig. Und auf einmal kommst du mit uralachen. Wir müssen ein bisschen Fun rein hier. Wir wollten auch, dass ihr so rauskommt mit traurigen Gesichtern. Was trinken? Bier? Alles langer Abend. Immer doch. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Möchtest ich was trinken? Was möchtest du trinken? Eistee, Wasser, Kaffee, Pago? Oh, das ist nice. Der Eistee, der schaut schon so. Brot oder? Wie ist das? Das ist was für Samira, gell? Das ist was für Samira. Was Süßes. Wie geht's euch? Das hat Zigaretetraurig ist leicht. Wir haben kreative Politik. Oh, das ist richtig traurig. Oh, das ist richtig traurig. Oh, ja. Da trifft's auf den Punkt. Oh, ja. Sagst du mal wer ihr seid? Und was ihr macht? Oder soll ich sagen? Oder soll ich sagen? Oder wie wollt ihr es lieber? Also wir mal vorstellen dir. Vorstellungen an dir, oder? Es macht Klick, oder? Oh, schön, das hat Klick. Ja, Klick. Ja, Klick. Ja, Klick. Wo soll ich mich denn vorstellen? Hier sind so viele Möglichkeiten. Ja, stell dich überall vor. Du bist nicht perfekt in der Kameraverteilung. Versuchst alle zu catchen, oder? Ja, alle zu catchen, alle zu catchen. Also ich bin die Samira, ich bin Rapperin. Ich fick auf alle. Peace. Tschüss. Ja, hab ich nichts zu sagen, oder? Hast du noch was zu sagen? Ja, Samira ist super Rapperin auf Englisch auch. Sehr talentiert und mittlerweile bekommt man es auch mit. Auf jeden Fall ist ja schon aufgefallen, würde ich mal sagen. Samira ist am Schirm, oder? Ja, Samira ist bei vielen eben Veranstaltungen, wo Jugend und Rap ist und so weiter. Und geil, wo Nachwuchstalente, das bist ja nicht. Du bist ja nicht, du bist ja nicht. Ich bin Samira. Ich bin Samira. Ich bin Samira. Ich bin Samira. Ich bin Alex, wie im West, meine Freunde. Dealer Music ist unsere Crew. Das ist ja kein Label, auch eigentlich keine Crew. Das ist ja eine Lebenseinstellung, Bruder. Dealer for immer. Ja. Rapper aus dem Westen. Da gibt es nicht viel zu sagen. Foksi, magst du moderieren oder was? Hast du bloß U? Nein, passt nicht. Ich mach mal Take-Over. Ja, dann machen wir Take-Over. Passt du? Take-Over. Ja, cool, dass ihr vorbeitert. Und was macht ihr hier? Tuts ihr Wappen auch, oder? Nein, hier in der Hotbox unterhalten wir uns. Hauptsächlich. Was ist das für uns? Habt ihr schon eine Musik gehabt? Nein, nein. Alles Gute, oder? Einen besonderen Kuchen. Oh, mit Butter. Serie Kuchen. Magst du? Ist das eine gute Idee? Auf jeden Fall. Langsam, langsam. Ja, langsam, langsam. Ein kleines Stück. Ich nehme mal das kleine Stück hier. Ja, alles da, diese Hotbox. Danke, Niemann. Gehotboxd. Ist der, aber der ist Hot drin. Schon Hot. In der Box. Ja, ja. On fire. Und wie schaut's aus mit der Politik, Jungs? Ja, wir wollten eigentlich jetzt mehr über euch reden. Wirklich? Was führt euch zu uns? Mit Git-Backs macht ihr viel. Es hat so nach Wade gerauchen, deswegen... Da, da, da. Da, da, da. Folge der Nase. Folge der Nase. Okay, ich verstehe. Ohlala. 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 Das sind zwei... Der Pex ist, sorry. Der Pex ist, was ist der Pex? Was macht der? Der OG der Musik-Szene. Und ich glaube, er bringt immer alle zusammen. Egal, von wo sie kommen. Irgendwie so bei Pex sind dann alle immer so aufgehören. Willkommen, ne? Dankeschön, oder? Danke dir, oder? Pex ist so der Business Daddy, würde ich mal sagen. Ja, ja. Business Daddy. Schon, schon aus Wien, schon. Kann man schon sagen hier. Und ich glaube dann in der Szene ist eh, wenn Pex die Leute zusammenbringen, so alle auf einen Ort, auch mit der Farnstraße vom Gürtel Squad und so, dann verstehen wir uns einfach alle Scheiße zusammen. Gürtel Squad. Einmal im Monat. Einmal im Monat. Im Ritz. Gürtellokal in Wien. Ist das schon Hip-Hop live an einem Samstag im Gürtel ist schön. Nächstes Mal rappst du. Was weißt du? Ja. Was ist das, euer 16.3.? 16.3., ja. 16.3., Fuchs MC und Mrs. Yu kommen vorbei aus Linz. Mrs. Yu hast du mitbekommen, oder? Sicher. Was sagst du? Sie wird am liebsten aussteilen, oder? Nein, 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 gar nicht. Nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Bief ist sehr gut. Kein Bief, überhaupt kein Bief, überhaupt kein Bief. Ja. Es gibt nur vieles, das ich mir nicht privat anhören würde. Aber, wisst ihr, jeder macht so ein Ding hier. Jeder hat so ein Ding, oder? Fixt jeder hat so ein Ding, jeder macht so ein Ding. Was geht bei dir? Was machst du gerade aktuell? Ah, eine EP. Also, die wird aber jetzt eher nicht so stark Hip-Hop mäßig, sondern halt eher so orge-emotional, auch etwas, was ich noch nie gemacht habe. Super, super. Ich habe halt eine Seite, die auch irgendwie raus muss, weil bis jetzt war es immer so Horror-Gangster-Schied und so. Aber im Endeffekt ist das nur eine Seite und dann im Endeffekt kann man den ganzen Tag so, gehst du dann die ganze Scheiße abziehen und dann am Abend diesmal alleine zu aussehen und man denkt sich, Alter, ich würde mich mal umbringen eigentlich. Und ja, diese Seite würde ich jetzt gerne mal zeigen mit der EP. Ja, ich bin gespannt, oder? Musikalisch, nicht Hip-Hop? Schon Hip-Hop, ja, schon Hip-Hop, aber nicht so straight in your face Rap. Also jetzt nicht so blablabla wie sonst immer und sonst. Ist also so. Mal die Perschiene. Safter. Was? Safter, was meinst du jetzt? Nicht so aggressiv gerappt? Ja, genau, genau. Du musst mal Samira rappen hören und dann wärst du ein Spitzis, oder? Das ist schon richtig in die Fresse Rapper, Samira. Die ist auch geil. Und? Alex O? Alex O. Ja, na wie gesagt, Bro. Was ist bei dir als nächstes geplant? Eine Single, nach 10 Jahren. Ich komme hier aus dem Westen, das ist in meiner Gegend. Hier hat alles mal angefangen, würde ich mal sagen. Mal den Kumpel kennengelernt, Grimfist, der Master. Und da hat mich mal in die Studie geholt, so ein bisschen Freestyle Session. Und jetzt sind mittlerweile 10 Jahre her, noch keine Single am Start. Aber immer fleißig gefeatured. Und jetzt kommt eben meine erste Single. Klick heißt die? Klick? Klick, ja. Klick, Klick, Klick. Auch mal so ein bisschen, sagen wir mal Battle Rap. Ein bisschen mal vorstellen in der Szene, sagen wir so. Ich mache auch viele diepe Sachen und so, aber man muss sich mal irgendwie durchsetzen. Und das geht nur irgendwie mit aggressiven Rap oder Indy-Tresse-Rapping, wie man sagt. Und ja eben, ich hoffe, Ende Februar ist alles im Kasten. So Anfang März kommt das Ding. Auf dem Dealermusik-Channel. Dealermusik4life. Ja, vielleicht können wir das verlinken dann auch in den Kommentaren unten. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Du machst das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die Channels. Er ist ein wahnsinniges Talent auch. Und er muss halt nur mehr Zeit Rap widmen und so. Aber er widmet sich halt mehr der Straße. Kann man sagen. Und Samira ist sowieso zerbombt. Warte, er hat was gesagt. Was ist das denn? Man muss irgendwie Brötchen verbinden. Brötchen, ja sicher, Brötchen. Sonst geht Raping nicht weiter. Ohne Brötchen gibt's auch kein Rap. Müssen wir uns alle, die es noch nicht kennen, auf jeden Fall reinziehen. Samira. Du kriegst dich rein. Absolut. Samira Dezaki. Ja, ja, Samira Dezaki, oder? The next shit. Und dann natürlich auch die Single Click von Alex O, die dann im März rauskommt. Ja. Click, click. Und bei dir, Kid Packs? Nächsten Releases, geplant? Ein, zwei Videos werden kommen. Und dann hoffentlich immer eine EP auf Deutsch und dann hoffentlich eine EP auf Jugo. Ich habe so viel versteckt. Was sagst du? Du bist hier mal. Teilweise Argue Jugo Features und so. Die ich seit drei Jahren da, weißt du, irgendwo auf dem Wartestatus habe, was mich auch ankratzt. Weil, ja. Ich mache so viel. Aber ich muss mich, ich mag lieber mich fokussieren auf ein Projekt, als weißt du, nonstop releasen. Und, ja. Von dem her, ich werde versuchen, das Beste zu machen, wie immer. Weißt du, wie so ein Fussballer auf einmal so. Ja. Ich werde jetzt zwei Jahre stürmen dort. Aber ich werde alles für den Klub gehen. Nein. Aber es wird etwas kommen. Auf jeden Fall, eine politische EP wird kommen. Nicht nur politisch. Auch, bevor ich meine Seele raus auf Deutsch. Es wird auch Premiere ein bisschen, als nächstes kommt. Weißt du, weil ich halt, es gilt es bis jetzt noch benötigt, mich zu äußern. Wenn ich politisch irgendwie sagen musste, okay, da hat keiner reagiert. Da muss jetzt ich oder zumindest die Fresse hinhalten. Facts for President, oder? Ja, ja. So zwei Stimmen hast du auf jeden Fall mal. Und Samira Tezaki oder von Bundeskanzlerin. Ja. Nein, aber ohne Spaß. Weißt du, Facts redet über Sachen, was sich keiner traut. Aber er redet einfach. Ja, und er halt zum richtigen Zeitpunkt auch. Und dann, wenn das Thema aktuell ist, Standpunkt bezieht. Ja, nicht nur, wenn das Thema aktuell ist. So würde ich das nicht sagen. Ist immer aktuell. Wir beziehen immer wieder Stellung. Manchmal ist es lauter und manchmal ist es schriller, manchmal ist es bunter. Manchmal ist es so. Wir beziehen immer wieder Stellung. Was ist jetzt? Tja, was ist jetzt? Nachdenkminute, Alter. 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 Freestyle. Freestyle oder Jugo irgendwas, Mann. Gib mir eine Mucke. Ja, Mann, ja, Mann. Mal hier. Such mal eine Mucke. Ist verbunden. Will wir ein Beat raussuchen? Dex? Du bist da der Meister dafür. Ja, Mann. Ich soll raussuchen was zu rappen, Alter. Die Samira soll raussuchen, die sucht immer gut aus. Yeah, yeah, uh. Was maglar? Mamo freestyler oder mach mal ne tekste? Was maglar? Oh, yeah. Was maglar? Uso soll? Susa, statu, rappen, rola. Probieren na roba. Ja nisam rapper danas. Ja sam Mozart, o roba. U hip boom boom. Uz dihuje loba. Uvijek ide tako dalje. Moje sine, ja sam cha cha. Get back, skop it, I freestyle baca. Commit free, stress nach Wind, Beß was lost, yeah. Mit dem Fuchs MC, vor den Legenden Niemand wird wir, wir werden so einfach enden Wir enden dort, wo die Rap-Hillgötter sind Kein Problem, ich bin ein bisschen wach, deswegen noch ein Kind Kid Facts, yeah 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 Samira wird abgegeben, oh 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 Aaaaah Supone Let's kick up Leute J 오빠 getra Street, ah, ja, ja. Und glaub ich, was heute alles in meinem Blog passiert. Arbeitslose Mafios, ich holen täglich aus von mir. Ich hab meinen Zopf frisiert und mach meinen Job, du freak. Wenn ich da brauchst, doch lieber den Ton, so wie die Post im Brief. Auch wenn ein Klopp mich sieht, bleib ich offensiv. Und lass tonnenweise die Steine verschwinden, wie Kopp auf ihn. Woher ich meine Euros hab, Geldquäle, Orange Party, schmuggel in deinem Koffer, Weed, bei mir läuft Forrest Gump. Mein größter Abnehmer ist sein Kommandantant. Ich versorg das Militär mit Proviantantant. Erster Zug, alle fliegen um Strike-Bowling-Bahn und gegen die geröteten Augen hilft. Nicht mal Kurdistan. Zeig dir, wie der Hase läuft. Es schlägt Hake, so wie wenn mein Hase läuft. So wie wenn mein Hase läuft. So wie wenn mein Hase läuft. Und im Garten wie mein Hase läuft. Und der Anzahl meiner Hasen, siehst du, dass mein Hase läuft. Ich bin heute der Hotboyz, Alter. Geh mir mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das Auto wackelt und die Leute fragen sich, was geht da so? Freestyle-Session mit Kid, Bexamir und Alexo. Ja, da mach ma da. Freestyle-Cypher. F-O-C-H-S. Rap, das letzter Rap, der Zweiter. Wir sind da irgendwo im Nebensland und für's Hip-Hop rappen bekannt. Motiveaufnahme wurde automatisch mit Dash. Steht da auf dieser Kamera, was für ein Dash. Na, das muss mich eher schocken. Aber trotzdem sind unsere Freestyles kaum zu toppen. Ja, die Kamera ist wieder da. Ja, das mit der Technik ist für mich ein Problem. Ich bin zu alt, um diese Touchscreens zu verstehen. Überall die komischen Dinger, wo man ankommt und dann ist alles weg. Und das prompt. Ja, das kann einen schon auf die Dauer frustrieren. Aber Hauptsache ist das mit dem Freestyle funktioniert. Das geht noch immer, das hab ich noch immer drauf. Und die ganze restliche Scheiße nehm ich halt in Kauf. Schon wieder ist das Bild weg und schon wieder schockt mich das. Aber ich bin trotzdem cool. Ich da F-O-C-H-S. Ja, mit den Leuten aus der Binas-Ziele. Weil wir Hip-Hop-Kultur richtig lieben. Das ist unsere Aufgabe, weil wir das drauf haben. Und eins ist wichtig, wir machen Rap mit Aussage. Das ist notwendig, das ist heutzutage so. Und deshalb machen wir das auf höchstem Niveau. Ja, da LXO und die Xavira. Und da Kid Max, die Fuchs. Wir sind die Wiener. Die Freestyle-Sieger, die Freestyle-Krieger. Und auf jeden Fall rappen wir weiter, etwa wieder. Andere Liga. Yeah, yeah, yeah. Fuchsi ist in Form. Sollen wir Freestyle oder machen wir Texte? Fühl einfach den Bild und mach den Ding. Shit drauf. Nimm das jetzt auf? Wir kommen hier im Land der Berge, Land der großen Hetzer. Österreich heute Kronisch, Strache oder wirklich Bobo Legma. Ihr urteilt über Menschen, redet irgendwas von Grenzen. Wie blind sind eure Augen? Wie kalt sind eure Herzen? Ich bekämpfe systematisch das System in mir. Unsere Farbe an den Wänden, wenn wir morgen auch klippieren. Das ist linke Straßen, Untergrund, Gemeindebau, Guerilla. Ja, denn egal von wo du kommst, bist du hier, bist der Wiener. Flüchtlinge verstecken, Abschiebungen blockieren. Gas das Pethaus okkupieren, gemeinsam demonstrieren. Die Hoffnung nie verlieren, Menschlichkeit aktivieren. Nationalismus isolieren, als Nazis demaskieren. Fick auf die Konzerne, Red Bull und so weiter. Baumgartner bleib im Stratus, das wär definitiv gescheiter. Kapuze übern Kopf, ho, ho, ho. Kapuze übern Kopf, Baby. Ich versteh nicht, was da los ist. Kapuze übern Kopf in der Hotbox. Kapuze übern Kopf in der Hotbox. Kapuze übern Kopf in der Hotbox. Ich zieh mir die Kapuze ganz tief ins Gesicht. Jeder Kiefer auf fürchtet sich, wenn er mich sieht. So ist das halt, ich bin der große finstere Güte. Und hab's nicht mehr notwendig, dass ich Freestyle übe. Ich mach das einfach so, ich hab das Mitarbeiter in den Kindern. Hip-Hop don't stop, muss man nicht länger erwählen. Na das sind wir da, vier MCs im Hotbox. Und machen hier unseren freshen Hip-Hop. Auch weil's nicht ganz im Takt ist, ist trotzdem immer voll stylish. F-U-C-H-S ist am Freestyle, was geil ist. Ich kann nicht mehr aufhören, weil mich das hat pörnt. Eins ist klar, dass Hip-Hop mich noch immer börnt. Mich immer noch fasziniert, mich zum Brennen binkt. Ich bin der Fuchs MCs, der es auf den Länder bringt. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen will. Also bin ich jetzt still. I've got to chill. I've got to chill und ich smoke to enjoy it. Und der Beat ist noch leer. Aber es wird noch weiter, wenn der Beat nicht läuft. Lass mal sie mal Freestyle. Fett Leute, total fett. Ey. Ey. Sehr geil. Samira oder Ostrand bist du deppert oder? Du hebst das Niveau oder du bist nüchtern. Was haben wir gesagt? Du bist nüchtern oder? Kapuze auf in der Hotbox. Das geht. Aber das ist schon so eine Hook irgendwie so. Kapuze auf in der Hotbox. Oder was haben wir gesagt? Kapuze über den Kopf in der Hotbox. Ja, da hat er uffett. Uffett, da hat er uffett eingefallen. Tschö, tschö. Schon, gell? Das ist geil. Tschö, tschö. Wir haben Topo. Topo. Ja, das braucht wir noch nicht hin. Haben wir jetzt noch ein Bier? So, warum wird denn Cannabis legalisiert hier überhaupt? Gute Frage. Tja. Das reden wir jetzt. Okay, passt. Gute Frage. Warum wird Cannabis legalisiert? Hier nie. Hier jetzt nie. Gibt's viele Spieler, die so keinen Job mehr haben. So, ja schon. Also, ich mein ganz ehrlich so. Das mach ich nicht mehr. Ich muss einfach auf die legale Schiene dann über den Preis. Ja, nein. Legale ist kein Job. Oh Mann, ich glaub, dass das nie legalisiert wird. Ich glaub, dass es dann einfach scheiß teuer wird. Weil wir dann fucking Steuern zahlen. Glaubst du wirklich? Naja, ohne Spaß. Denkst du halt nochmal, Albrecht plus Steuern? Ja, oder? Legale. Legale. Ich hab keinen Plan bis ATHC statt TBD. Ich rauch einen Joint und ich weiß, ich bin jetzt ganz okay. Wir sind grad im Herzen, das in der Hotbox. Hemi, Kid Pax, Mr. Fuchs, wir sind jetzt die Big Boss. Und was für Major-Deal, was für Plattenvertrag. Ich komm von der Strasse und ich mach, was ich sag. Bruder, this is real, this is kein Fake. Alex Sohn ist jetzt im Game und wir zittern die Schenkel. Ich komm an zu Mike, Bruder. Ich bin einfach nur der Henker. Alex Sohn, ich bin jetzt 25, doch ich weiß, ich bin der Banger. Und was für Label? Und was vertrag ich? Ich komm an zu Mike, Bruder. Rauche in der Hotbox das Gras. Die Leute wollen lieber repressive Politik. Zahlt keiner Steuern für das illegale Read. Wann wird das Read egalisiert? Na bei dieser Politik wahrscheinlich nicht. Das ist frustrierend und eigentlich verwirrend. Warum will es die Leute auf Dauer nicht kapieren? Es bringt doch nichts den Leuten ihre Selbstbestimmung zu dämen. Ich mein, was soll das bringen? Wem soll das was geben? Außer der Mafia, die dann Drogen verkaufen kann. Auf der Strasse verliert er Handel mit Drogen. Der Hammer bei der Ganja ist doch alles gelogen. Nicht jede Leute hören ihm doch trotzdem auf Drogen. Keine Ahnung, Drogen auf Drogen. Geh rein Papa bei diesem Thema muss das halt so sein. Wir brauchen sinnvolle Drogenpolitik. Anstatt diesen depperten Drogenkrieg. Gebt dem Kicli Weed, 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 gebt dem Kicli Weed. Ich glaub, der Kicli braucht ein bisschen Weed, kein Problem, ein bisschen Farbe in das Leben. Dann können wir gemeinsam alle vielleicht abheben. Mit gemeinsam meine ich alle, Finale, Finale. Tschuschen und Bralle, Bralle, kein Problem. Kid Packs freestylt noch immer, dies und das. Ich war früher im Einbauzimmer, Einbaumöbelzimmer. Da haben wir gestartet mit Jasmo und paar Leuten, dort Freestyles geartet. Hä, ich hab schon lang nicht mehr gefreestylt, kein Problem, ich komm einfach so wie Österreicher auf rolled Gameplay, gebt dem Kicli Weed, gebt dem Kicli Weed, gebt dem Kicli Weed, gebt dem Kicli Weed, gebt den Kicli Weed, gebt dem Kicli Weed, gebt dem Kicli Weed, gebt ja gebt den Kicli Weed. Ja, gebt diesem Kicli Weed. Gebt dem Kicli Weed. Soll, let's hip hop, smoke weed and let's rock and roll. Ja, fraxamira. Fraxamira, fraxamira. Ja, fraxamira. Ja, fraxamira. Ja, fraxamira. Ja, Joghur. Ja. Gick de kickin weed. Gick de kickin weed. Gick de kickin. Ja. 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 Ja, ja, ja. Das war gerade YouTube-Werbung, oder? Nein, aber ohne Scheiß. Ich weiß nicht, legalisiert oder illegalisiert. Wir rauchen es eh. Also ganz ehrlich. Ich meine, keine Ahnung. Ja, aber du bist jetzt auch nicht heftige Raucherin eigentlich, oder? Hm, es kommt drauf an. Aber schau, ich meine nur, in dem Sinn, wenn es jetzt egal ist, dann greift der Staat noch mehr raus. Wir fallen unser Leben an. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Nein, ich glaube nicht, der Staat gehört verändert oder und dann gehört es legalisiert, oder? Ja. Ja, oder anderswo. Oder es ist legalisiert, dann rauchen alle. Dann geht es in seinen Pfarrer. Vielleicht kommt durch die Legalisierung kommt dann die Einsicht, oder? Ja. Ich sage immer, alle sprechen immer von Legalisierung. Aber was bedeutet Legalisierung? Für den einen bedeutet Legalisierung, es aus der Apotheke zu bekommen. Und für den anderen bedeutet Legalisierung, seine eigenen Pflanzen zu Hause haben zu dürfen. Und ich sage immer, man sollte lieber mal sagen, was bedeutet für einen selbst Legalisierung? Wie weit sollte die Freiheit gehen und wie weit sollte der Staat eingreifen dürfen? Ja, definitiv dann, was hieß denn, dass da Liberalisierung ist das bessere Wort, oder Oder? Nee, ich meine nur, dass jeder anders sieht. Jeder hat seine Pfarrer in der Nacht, wo er es anders sieht. Ja, nein, ich finde, es sollte schon alles eigentlich legal sein, im Sinne von Eigenanbau eben kaufen in der Apotheke oder in den Weed Shops oder so, das sollte alles. Aber ich finde, es sollte dann trotzdem noch immer weiterhin diese Regeln geben, dass man das zum Beispiel beim Autofahren einfach nicht, weißt du, was ich meine? Wenn wir hinten sitzen, alles chillig, aber wenn man zum Beispiel Auto fährt, dass man nicht kippen sollte, solche Sachen, weißt du? Ja. 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 Und sobald diese Wichser einen Weg finden, davon Geld zu machen, wird es eh legal sein. Es geht immer nur ums Geld im Leben. Leider. Money, 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 money. Ja. Ja. Und auch die in den USA, von dort ging es ja ursprünglich auch aus, die Prohibition, dort hören sie auch damit auf. Die haben damit angefangen und jetzt hören sie damit auf, also das ist von dem her wie eh viel versprechend dankbar. Ja, hoffen wir, dass wir in Österreich jetzt nicht so weit zurückfallen, was das betrifft. Da waren wir eh schon am richtigen Weg. Und jetzt mit einer konservativen Regierung, die in vielen Bereichen zurückrudert. In dieser Regierung ist glaube ich, also das ist traurig, aber auch irgendwie komöliantisch, weil es schon so abartig ist. Ja, legalisieren werden wir nicht so schnell, demonstrieren gehen wir aber schon. Und wenn es dieses Jahr wieder eine Hanfdemo gibt, werden wir wahrscheinlich auch hingehen. Ansonsten war das jetzt eine coole Hotbox, irgendwann müssen wir zum Ende kommen. Auf jeden Fall. Love the Freestyle Station zum Schluss. Viele ernsthafte Themen. Ich hoffe, es war nicht zu deprimierend für die Leute, die sich die mich anschauen. Spätestens seitdem die reingekommen sind, darf ich was zu deprimieren. Spätestens seitdem haben wir Party. Ja, schau, schau, schau. Ja, das ist eine Jugend. Pusht nach. Gutes Film. Auf jeden Fall die Leute ausschrecken, alle die hier sind. Fuchs MC, wichtiger Rapper in der österreichischen Hip-Hop-Beschichte auch. Danke, danke. Aber heute geht es um Kid Paxen und seine Leute. Kid Paxen, check mich aus. Ich bin hier der beste Mann. Wir sind alle die Besten. Hi, ich bin stolz auf euch, dass es euch gibt und dass ihr unsere Hotbox hier belebt habt und uns die Ehre gegeben habt, dass wir euch hier kennenlernen durften. Gerne, gerne machen. Schöne Hotbox. Schöne Hotbox. Schöne Hotbox. Ja, Mann. Wollt ihr noch was sagen, abschließend oder? Sagst du noch was abschließend oder? Also abschließend nicht auf eine Message und die heißt Drink your water. Die ist sehr wichtig. Auch wenn ihr, vor allem wenn ihr sehr viel raucht und so, müsst ihr Wasser trinken. Verstehst du? Also Drink your water. Beste, beste, beste. Drink your water. Gute Message. Es macht Glück. Und es macht Glück und tschüss. Genau, klick. Klick und tschüss. включ Sper. Klick und tschüss. Gute. Gib Sper. Gute. Lass uns das hier in den Geräusche lassen. Lass uns das hier in den Geräusche lassen. Lass uns das hier in der Geräusche lassen. was sich hier in die Geräusche. Im Geräusche lassen wir wieder überlegen. Also, jetzt verkelle, noch nicht viel. Aber wir sind schon etwas, in der Geräusche, Daher in die Geräusche. Any Geräusche oder die Geräusche da waren.